willkommen zu einem neuen part von pokémon blattgrün armageddon heute ist sonntag früh am morgen ich habe mal wieder scheiße geschlafen in der nacht aber hey man soll nicht immer rumheulen zwischendurch darf man das auch mal haben ich weiß gar nicht wo ich zuletzt stehen geblieben bin so wie es aussieht eigentlich alles auf level 50 und wir waren in lavandier soviel ich weiß die dritte 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 da meinen tor umgehen dritte n weil wollen wir glaube ich mache hier einfach mal gary weil wir kommen hier eh noch nicht weiter wegen dem service grob den wir brauchen soll ich gary machen komm ich ich dieses dieses mal in diesem lp halte ich mich an die story oder besser gesagt eigentlich muss man ja selber herausfinden dass man diesen geist nicht besiegen können aber ich kann ja hier mal mich mit den leuten wegen welches pokémon ist süß pummelig und kuschelig naja ich weiß noch pummelig ist pummelig aber ich glaube ich nicht rechte ich ist das pokémon kuschelig ich weiß es nicht hat es fell wie ist es nicht oh mod und ein schwallbos ho ho sparky und noah oh die perfekten typen auf dich und aero ass auf die motto ist ein one shot sein tot sehr schön sparky kriegt was nur kriegt was aero ass müsste ihn eigentlich töten jawoller sehr schön ja was ist sonst noch so passiert habe ich noch irgendwas zu erzählen wegen der räuberpistole ja nicht eine räuberpistole aber ich bin mein leben ist komplett gestern habe ich ja noch also eigentlich am freitag habe ich es ja auch herausgefunden dass king k.j rool endlich mit super smash bros drin ist obwohl ich ja selber kein keine konsole mehr besitze ich habe das uhr smash bros gespielt auf 1 64 und hab dann per emulator noch mini und brawl kenne ich nur davor weil ich von kollegen die konsole ausgeliehen habe aber jetzt wo king k.j in super smash bros ultimate drin ist vielleicht wird es für mich auch zeit mir eine switch zu kaufen wer weiß also erdbeben kann er schon mal nicht einsetzen weil er würde er ja akane mit weg klatschen aber wir beißen den mal ich muss auch sagen ich würde gerne den weg machen schnappen weil das ist eine glaskanone und der muss weg sehr schön die glaskanone ist weg der hat ja nichts was mir hier wirklich so super effektiv so funken schwung ist ja speziell und nach nebel auch wo man das hat sich wohl hat sich wohl am ende des tages nicht für dich gelohnt wo doch mein kopf ist die müdigkeit ja so ist das nicht dann später noch mal schlafen ala bis der sie voll komisch aus aber ich hatte noch nie ein ala bis ich merke auch warum das fies übelst langsam so anders kann man es nicht sagen möglich eine strategie ort ich habe meine augen ich bin ein bisschen cola wollte das wieder gehen ein leimo sparky ja mal schauen wie viel wir ihn vielleicht können wir ihn auch paralysieren den schleim batzen so lange nicht seure panzer macht nicht gut er greift doch doch recht viel sichern wie gesagt ich muss hoffen ich kann ihn paralysieren jawoller sehr schön darf er mich einfach nicht mit schlamm war dann das tut weh ja genau wegen dem überlebe ich nicht lieb moment aber drinnen bleiben aber geister attacken gerät lieb moment das erstauner ins gesicht wo macht das wenig schaden toll wo das mal schnell so 3 der 1 50 für den chef ein ausdruck da hätten wir egal macht er soll aus mit ihr palm kopf muss es regeln am ende des tages geredet ein sand sturmtot ja beide macht aber so dann würde ich sagen es absorbiert das sonnenlicht ein egal aber so und jetzt kommt au 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 es hat den Urs zu aus dache wo das war eigentlich danke so heißt zurück ge Zahlen gehen weil ich brauche mein donner pokémon ein bisschen nicht sogar wenn man am aufnehmen ist merkt man plötzlich man ist doch nicht mehr ich bin noch nicht so alt aber mit 26 solange mal bei sich ja merkt man so wenn man so nächte nicht schläft also nicht so gut pennt das merkt man dann ziemlich jedenfalls ich noch ich bin dann immer so wochenende durch die woche lustigerweise wenn ich arbeiten muss funktioniere ich ziemlich gut einheit wäre wir wissen wir mal zuerst weg haben müssen wir sagen punkten sprung auf das fies euro hat das wie schwapp aber warum kann man das aber der one schottet mich ja mit dir nicht wirklich sich die werte haben gepasst aber aha paralysierte posten aber aber auch der mich einfach hat das denn so starke spezielle verteidigung dieses halb wäre oho ein furcht sich schon oder sich aber wir warten ist auf level 35 wo sind alle auf level 51 die schule macht spaß pokémon zu trainieren aber auch wenn er das meint war die schule schule hat keinen spaß gemacht was nicht für mich weil ich seid ihr ja da anders aber ich habe ich hatte keine gute schulzeit sagen wir das mal so punkten sprung oder keine gute schulzeit keine gute schulzeit auch nee don't don't do that bullshit nein habe ich irgendwas mit psychoattacken ja habe ich den palmkopf aber der ist auch anfällige giftattacken müssen wir gucken auch stupid will er das jetzt einfach machen weißt du was ist es mir egal opferrecht halt ein pokémon hat er gut gemacht der böse idiot so wohl erstmal schnell warte fahrer die viele pokémon leila hoho spark hier raus mit ihrem remonten davon besprochen aber der vor der wiii dead kaputt, dieser grosse Vogel aua, Dictry da haben wir ja was da haben wir Alabis, den komischen Aal aus dem Meer brrrrrr höre Leila, Kampfgeschick Schlitzer, aua da machte ich wieder zack 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 uuuu wow, das kann dem Energiebalken nicht schnell genug gehen sehr schön pandir kann man den bleiben da der Probe Akawelle brrrr wo ich so eine richtig schwache schwache Initiativwerte habe ja komm es ist es war ja klar ok ok Kadabro auch wenn ich was habe gegen den soll da nicht hin machen danni wollte der gesamte große böse ratte hat er gemacht hyperzahn ins Gesicht verschnappt aber auch eine glaskanone Kadabro Simsalah auch Simsalah lebt nämlich von seinen hohen Initiativwerte Pixi Rookie da habe ich auch was, oder der hat ja eine Kampfertappe boah, meine Augen sind gerade voll müde war aber vorher besser ja aber es ist jetzt ja auch schon wieder eine Stunde wo ich war bin schon wenn ich vorstelle ich das erst mal 8 Uhr morgens ich bin seit sieben war das Kind also das Kind so alt bin ich wie gesagt bin ich noch nicht mit äh Mitte 20 aber als ich noch noch jünger war noch vor 18 habe ich das irgendwie gar nicht berührt bis so lange oder so wenig geschlafen habe sagen wir es mal so jo red mal mit mir da spüre ich mal schnell oho ähm zuki ja es ist es war ja klar jo das ist aber es wird aber hier immer kaputt blöde blöder palmenkopf rizzeros jo da haben wir kein Problem da haben wir was why ich haus mit dir ala bis ja es ist noch langsamer als ich level 52 für die für den aal danke da 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 richtig schlechte werte wenn es darum geht schnell zu sein also die initiative werte von ala bis sind unterirdisch aber darf natürlich auch nicht vergessen dass die fähigkeit tempo boost bei bei regentanz das ist natürlich man kann ihm natürlich jetzt nicht durchgehend sowas geben ich weiß gar nicht gibt es noch gab doch mal eine arena wo es noch geregnet hat ich weiß gar nicht oder war das einfach weil das sind was war das in einer anderen edition ich will irgendwo war es mal ich weiß und wehe du machst wie der abgangsbund dann bin ich triggert aber richtig hart oder explosion das geht ja noch hat zahnschmerzen genau so ein gang der immer gleich aussieht man weiß dann sicherzeit gar nicht ob man sich noch bewegt oder nicht ist wie genet erkennt ihr das wenn ihr auf skiern unterwegs seid und dort dann schlechtes wetter also eine schlechte sicht ist und sieht der schnee immer gleich aus und man weiß dann auch nicht ob man sich jetzt fortbewegt oder nicht da kann man sich dann übelst böse wunden holen video meine nase läuft wieder mal okay ob geklingelt ich weiß nicht wollen wir sommer zuerst machen silsko oder der silsko meine natürlich die spielhalle oder ich glaube wir machen zuerst die spielhalle danach gehen wir in die vierte arena und bis dahin sage ich bin ich bin draußen auf wiedersehen